So, willkommen zurück zu Ellen Trilogy. Das letzte Mal hatte ich Level 7 angefangen und das war ein bisschen verwirrend. Jetzt verstehst du es ein bisschen mehr. Und ja, ich weiß nur, es ist ein bisschen kompliziert aufgebaut. So! So! Das hört hier alles jetzt mir! Nein! Stopp! 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 Was ist das denn f***ing ernst? oh ey ich hasse sowas echt so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Ich konnte nur so rüber gehen. Okay, oh, da geht's nach unten. Der ist da oben. Der ist da oben. Der ist da oben. Man merkt total, ich mache ein bisschen einen Speedrun. So, der ist nach oben, aber... Okay, ich dachte, er geht auch runter. Ich glaube, der fühlt mich nach oben. Säure-Schutzweste! Okay. 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 Michael. Ja, dieses Level ziemlich nice, hat viele Secrets auf Lager und ja. Ich frage mich immer noch, wie kommt man da nach oben, oder habe ich die Chance schon verpasst? Es könnte möglich sein, dass vielleicht am Anfang doch beide runtergegangen sind, aber die Chance ist jetzt nun weg. Ich frage mich, dass ich die Chance habe, wenn ich die Chance habe, wenn ich die Chance habe. Ach, jetzt habe ich Kacka gemacht. Hört sich auch falsch an. Mann, wieso muss man extra immer so stehen? Fährst du mich jetzt nach oben, oder nicht? Toll. Okay. Ich hoffe, es war jetzt keine einmalige Chance gewesen. Ich hoffe, dass man noch eine Chance bekommt. Diese war ja krass langsam. Es war eine einmalige Chance. Ja, aber warum soll man das ja auch wissen? Man kann sowas nicht riechen. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn wirklich. Ich hab ihn! Musik Habe ich eigentlich die Automap? Ja. Die habe ich schon lange. Äh... Oh Gott, die ist ja wirklich sehr kompliziert aufgebaut. Aber ich bin jetzt hier auf der anderen Seite. Musik 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 Hallo! Warum konnte... Ich verstehe es nicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieso hat man eigentlich trotz manchmal Winkel keinen Treffer? Also ich weiß, ich habe da so nicht alles, weil mir zwei fehlen, leider, gar sogar drei. Zwei oder drei Sachen fehlen mir. Aber naja. Wieso bleibe ich manchmal unnötig hängen? Na, das war mir klar. Was? Was? Okay, gut. Die eine Mission, die konnte ich ja nicht lösen, weil ich ja leider da weggegangen bin und die ist ja nur einmal runtergegangen. Aber 33% der Geheimnisse habe ich eingesammelt? Wie viele Geheimnisse gibt es denn davon? Aber naja. Ich habe es jedenfalls geschafft. Innerhalb von 24 Minuten, ungefähr. Dann bedanke ich mich, dass du zugesehen hast und dann kommt das nächste Mal Level 9 oder was? Ne, Level 8, wow. Gut, ansonsten sage ich hier nur noch Tschüss. E-Zig, ja. Na, dann ebenso. Gut, ansonsten sage ich hier nur noch Tschüss.